Hey Ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Orient the Blind Forest. Es ist ja wirklich schon eine Weile her, dass ich hier endlich mal wieder zu irgendwas kam. Auch so vor allem Let's Play technisch und so. Aua, 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 nicht direkt wieder sterben, nicht direkt wieder sterben, Dankeschön. Und jetzt habe ich aber ab heute ganze drei Wochen Urlaub. Also es ist heute der 11. August und ich habe Urlaub bis zum 4. September, also zumindest wenn alles gut geht. Und ich hoffe sehr, dass ich da dann jetzt auch... Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zum Nebelforst versperrt. Doch schau nach dort oben, wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diesen Felsen lösen. Felsen lösen? Okay, da führt irgendein Weg hoch. Werde ich jetzt mal gucken. Okay, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ähm, genau, wenn mein Urlaub so bleibt, wie er jetzt geplant ist. Sekunde, jetzt muss ich einmal ganz kurz... Ja, so funktioniert das, alles klar. Ich muss die Steuerung erstmal wieder reinkriegen. Oh, ja, alles klar, ich habe gespeichert, sehr schön. Ähm, da habe ich nur einen. Huch. Ja, alles klar. Alles klar, geh weg. Zurück. Danke. Ähm, dann werde ich hoffentlich Let's Play technisch... Ganz schön schwieriges Wort. Jetzt auch wieder ein bisschen mehr hinkriegen hier. Also es wird weitergehen. Jetzt muss ich einmal kurz schauen. Ähm. Ui. Da, 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 da. Ach, du bist ja schon wieder da, geh weg. Okay, das ist das. Das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht machen. Ähm. Huh. Ich kann leuchten. Okay, jetzt wollte ich aber erstmal eigentlich das hier tun. Hua. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Haha. Ach, ich verstehe. Ich verstehe. Hua. Oh mein Gott, oh. Oh. Au. Oh, das hat sicher wehgetan. Ja, sowohl mir als auch ihr. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie weit wir mit der Story schon sind, aber ich habe mir jetzt auch die letzten Parts alle nicht nochmal angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Uh, du hast Chorusfeder aufgenommen. Um diesen Gegenstand zu benutzen, musst du A und anschließend RT, jetzt muss ich ganz kurz gucken, RT ist das da, äh, drücken. Chorusfeder ermöglicht es Ori frei umher oder auf der Luftströmung zu gleiten. Chorusfeder. Hui. Haha, das ist cool. Hey, wenn der Luft bis zum Chorusfeder zu... Okay. Jai. Das ist voll cool. Der Dunst des Nebelforsts war für alle eine trügerische Falle. War das richtig? Ich habe das jetzt nicht alles hundertprozentig gelesen, glaube ich. Wer sich darin verlief, tauchte nie wieder auf. Oh Gott. Au. Shit. Mein Gott. Jetzt töte mich doch nicht direkt hier. Kann ich das hier... Nee. Okay. Okay, da habe ich wieder... Wow. Seht ihr das? Das Bild, das verschwimmt total. Kann ich hier denn dann überhaupt schon hin? Geht das? Ich speichere hier mal. Ich habe ein bisschen Angst. Nebelforst. Aua. Gott, wie blöd ich mich einfach anstelle gerade. Was geht denn hier ab? Das ist ja voll schlimm. Ach, verdammt. Da kann ich aber, glaube ich, noch nicht hoch. Ja, doch. Ich könnte schon. Aber ich gucke erst mal, wie es hier weitergeht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua. Nein, 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 nein. Lass mich am Leben. Lass mich am Leben. Oh mein Gott. Lass mich doch bitte am Leben. Aua. Oh. Oh Gott, die geben mir Leben zurück. Oh, ich bin so ein glücklicher Mensch. Das ist. Oh. Es ist so gut, dass die mir Leben wieder geben. Ich glaube, sonst wäre ich hier schon dreimal gestorben jetzt gerade. Oh, ich habe eine Idee. Wartet ganz kurz. Ich weiß, ich weiß, ich wollte, ihr wollt jetzt bestimmt unbedingt wissen, was das ist. Aber ich hole mir jetzt erst hier oben das Leben. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Ich wollte das tun, genau. Und jetzt komme ich hier nicht weiter. Sehr schön. Läuft bei mir. So, jetzt schauen wir uns mal an, was das hier ist. Das sieht nämlich irgendwie... X, um sein zuzuhören. Die verhüllte Laterne. Dieser geheimnisvolle Dunst dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Sie zu entzünden? Aha. Feuer? Licht? Irgendwie sowas in der Art? Hm. Autsch. Bam. Ah, zwei Fähigkeitspunkte habe ich jetzt. Sehr gut. Halt. Stopp. Speichern. Kann ich denn schon irgendwas tun hier? Ich glaube, für die brauche ich alle... Ach, warte. Das finde ich ganz cool eigentlich. Ermöglichst es dir, mit der Geisterflamme zwei Ziele auf einmal zu treffen. Erhöht den Radius und den Schaden der Stichflamme. Für die hier alle brauche ich mittlerweile, glaube ich, drei. Nee, zwei. Halbiert die Kosten der Seelenverbindung. Das wäre ja natürlich sehr genial. Energiezellen werden auf der Karte angezeigt. Nee. Auch zwei. Durch Wände zu sehen und versteckte Bereiche zu finden. Oh Gott, wie genial. Aber eigentlich, wenn ich mir gerade so recht überlege, wäre das eigentlich sinnvoller, wenn ich die zwei jetzt erstmal darauf verwende, oder? Wenn ich mir überlege, wie oft ich jetzt schon gestorben bin. Ich versuch's mal. Also ich werde die beiden hier aktivieren. Beim nächsten Mal gucke ich dann, wie's weitergeht. Okay. Das sah doch schon mal ganz gut aus. Okay. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Autsch! Okay. Puh. Okay, das hab ich jetzt. Nein, der ist wieder da. Gemeinheit. War das knapp. Meine Fresse. Achso, wie ging das denn nochmal so, ne? Nein! Aua. Aua. Mann! Mann! Ich darf hier doch nicht sterben, Mann. Was geht denn hier? Tot. Sehr gut. Sag her, er läuft bei mir. Ah. Aua. Ich habe das Bedürfnis, hier nochmal zu speichern. Hab ich das Ding da oben jetzt? Ne, natürlich hab ich's nicht, weil ich danach nicht gespeichert hab. So, jetzt hab ich's aber. Bin mir nicht ganz sicher, warum ich hier wieder zurücklaufe. Eigentlich. Ach Gott, ich schaff's einfach nicht, ohne hier einmal getroffen zu werden. So, das hab ich aber wenigstens geschafft. Und ich würde jetzt gerne hier noch einmal speichern. Dankeschön. Die erschrecken mich immer so. Das gibt's doch nicht. So. Ey, gib mir die Erfahrungspunkte. Will der mich veräppeln? Der gibt doch Erfahrungspunkte, oder nicht? Okay, da komm ich nicht hoch. Ah, doch so. Uh. Aua. Scheiße. Dankeschön. Ah, nein. Verdammt. Ja, und jetzt, ihr seid ja witzig. Mann, was ist denn das? Wie komm ich denn hier weiter? Also, ich weiß, wie ich hier weiterkomme, aber... Uah. Das ist doch schwierig. Ist das eigentlich auf leicht gestellt? Wisst ihr das? Also, ich mein... Ich war mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich das hier auf leicht gestellt hab, oder nicht. Okay. Mal ganz langsam jetzt. Irgendwie ist das gerade etwas schwierig. Warum gibt der mir keine Erfahrungspunkte? Das ergibt keinen Sinn. Gut. Aua. Ey, iss denn jetzt mal. Meine Fresse. Ach, ich weiß was. Ich weiß was. Ich weiß was. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Natürlich. Ich mein, ich hab ne neue Fähigkeit bekommen. Dann sollte ich die vielleicht auch nutzen, ne? So. Ach, der gibt mir Erfahrungspunkte, aber nicht sehr viel. Ich verstehe. I see. I see. Och, Mann. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man hier auf drei Knöpfe gleichzeitig achten muss. Nein, nein. Wieder hoch. Bitte, bitte, bitte. Danke. Komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Ach, Mann. Das ist so schwierig. Das ist echt überhaupt nicht einfach. Wartet mal. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Auf welcher Schwierigkeit? Es ist auf leicht. Es ist echt auf leicht. Und ich krieg das irgendwie nicht gebacken. Ich bin da zu blöd zu. Ich verstehe es nicht. Also, ja. Wasser. Okay, nochmal. Hüah. Aua. Hüah. Uff. Oh, war das knapp. Meine Fresse. Alter. Du kannst dich doch nicht hier unten immer noch treffen. Das ist doch kack. Ist das hier sicher? Nein, das ist nicht sicher. Okay. Nein. Zu früh. Ich habe zu früh losgelassen. Okay. So langsam wird es mal wieder ein bisschen lächerlich. Aber. Ich wünschte mir, ich könnte hier wenigstens einmal so ein bisschen so zwischenspeichern, ne? Das wäre ja schön. Aua. 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 Oh Gott. Ich habe es geschafft. Hier zumindest. Aber ich warte, ich kann hier trotzdem nicht speichern. Weil das ein unsicherer Ort ist. Immer noch. Hier aber jetzt. Holy Mother Jesus. Okay. Ähm. Ähm. Möchtest du bitte darüber gehen? Hallo. Und noch ein Leben. Oh. Gott. Oh Gott. Ah. Leben. Leben. Oh ja. Ah. 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 Dam, dam, dadadadam. Aua. Au. Ich wollte gucken, ob es funktioniert. Bei meinem Freund hat es funktioniert. Der hat ihm das Ding einfach zurückgeschleudert, auf ihn drauf, und hat ihn damit getötet. Und es funktioniert offensichtlich sehr wohl. Das finde ich gut. So, jetzt beichere ich hier nämlich noch einmal. Ach, holy. Ah, was ist... Oh, okay. Ähm. Ich hab... Angst. Oh. Hier hat sich irgendwas aber... verändert. Hm. Sowas aber auch. Möchtest du bitte mal hier hinkommen? Dankeschön. Bam. Ich speichere jetzt einfach alle zwei Meter, weil ich Angst hab. Weil ich tierisch Schiss habe. Oh. Mein Gott. Oh, ist das schwierig. Oh mein Gott, ist das schwierig. So, einfach schön. Vorsichtig. Aua. So, schön weiterschweben. Schön weiterschweben. Wonderful. So. Damit kann man doch arbeiten hier. Wunderbar. Wann habe ich jetzt eigentlich angefangen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, zehn Minütchen ungefähr habe ich. Ähm. Im Nebel in die Irre geleitet, verlief sie sich im Wald. Oh, verdammt. Heißt das, ich kann hier wirklich nicht hoch? Ist das so gedacht, dass ich hier nicht hoch kann? Wahrscheinlich. Weil zurück. Aua. Au. Kann ich das Ding da oben aktivieren? Ist das dafür gedacht? Nein. Ich glaube aber, es ist der Sinn der Sache, dass ich mich hier so ein bisschen verfranse. Ob man es glauben möchte oder nicht. Einfach, weil die ja gesagt haben, von wegen, sie verliefen sich im Wald. Oh, was ist das? Ah, damit. Azus Fackel. Hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Alles klar. Sehr gut. Und wie komme ich da hin? Sehr gut. Ja, okay. Ich habe nur leider das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Ach, warte mal. Da ist doch was. Kann ich hin? Hat sich jetzt schon wieder was verändert, oder was? Ihr wollt mich doch verkack eiern. Okay. Tatsache. Jetzt ist schon wieder was verändert. Aha, daneben. Bam. Ich speichere lieber nochmal. So zur Sicherheit. Für den Fall der Fälle. Da unten sind Stacheln. Da möchte ich jetzt umgehen hin. Da oben war was. Da oben war was. Ich will da hin. Ich will da hin. Aua. Jetzt. Gut, dass ich da oben gespeichert habe. Jetzt. Wo schießt der denn hin? Hallo, du Witzbold. Ich bin hier. Aua. Ich will da oben jetzt hin. Verdammt nochmal. Nein, schieß doch. Ach, du dämliches Ding. Ich dachte, ich könnte mich an dem Ding selber einfach festhalten. Und da hoch. Und so. Oh, sa, sa, sa. Gut, für die paar Erfahrungspunkte wäre es jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Noch ein paar Erfahrungspunkte. Was ist das alles? Wow. Speichern. In der Nähe von Feinden. Hier sind keine Feinde. So. Seelenverbindung. Bitte. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben, bitte lass mich doch nicht immer sterben. Das ist so gemein. Au, au. Heiliger. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Jetzt keine Fahne mehr. Bitte, 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 bitte. Dankeschön. Speichern, weil dann kriege ich auch Leben zurück. Oh mein Gott. Ach, du jetzt auch noch, oder was hier? Komm, ey. Macht mich nicht schwach, Leute. Macht mich echt nicht schwach. Oh, jetzt wackelt das schon wieder so. Nein. Nein, 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 nicht dagegen. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wenn man ein Level abbekommt und diese Skidu-Licht-Dingsbums da passiert, dann sterben alle Feinde in der Nähe. Das ist voll gut. Muss ich jetzt hierher, oder warte ich ganz kurz? Ach, ja, super. Ich sehe natürlich noch nichts. Okay. Aha, 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 aha. Oh, wow. Ich habe das Gefühl, ich muss hierher. Ich möchte hier aber noch nicht hierher, weil ich gesehen habe, dass da unten ja auch noch was zu holen ist. Oh mein Gott. Aua. Aua, böser Frosch. Puh. Böses Puh. Ach, da komme ich gar nicht, da komme ich gar nicht lang. Das ist ja doof. Okay, das klappt schon mal nicht. Schade. Heißt also, ich komme wahrscheinlich von oben irgendwann da ran. Ist aber vollkommen in Ordnung. Finde ich gut. Also, was heißt finde ich gut? Ne? So. So, mal sprechen bitte. Danke. Und das wird jetzt ein absoluter Höllentrip. Hüpp. Puh. Geschafft. Ob man es glauben mag oder nicht. Speichern bitte. Danke. Nein. So. Jetzt kann ich aber noch nicht da drüber. Kann ich da dran? Das wäre ja cool. Warte, die speichern nochmal. Nein. Nein. Wie fies ist das denn? Die gehen einfach weg. Mann, oh. Oh, ein Ba... Oh, oh. Dazu erklommen immer die Berge hoch über dem Trauerpass. Als die Fackel ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich. Oh. Gib mir den Baum. Du hast das Klettern erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du RT gedrückt... Ne, drücken und halten, wenn du an einer Wand bist. So kannst du dann an ihrer Oberfläche entlang laufen. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Oh, das ist ja mega gut. Ja, 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 ja. Ich weiß, jetzt hat sich hier natürlich wieder irgendwas verändert. Jetzt sind die weg. Ich habe gespeichert, richtig? Oh. Oh, cool. Das ist ja mega gut. Witzbund. Springt er einfach darüber, ey. Oh, das ist so cool. Oh. Habe ich Leben verloren? Ne, ich habe kein Leben verloren. Okay. Ja gut. Die beginnen einfach jetzt alle Suizid hier. Finde ich gut. Hallalalalalalalalalalalalalalala. Au. Das ist unfair. Was mache ich denn? Okay, speichern. Genau, das mache ich. Okay, und sterben. Ah, wie soll das denn jetzt gehen? Ihr seid doch so gemein. Warum seid ihr so gemein zu mir? Muss ich jetzt nochmal hier hoch? Ich probiere es einfach mal. Kann ich jetzt weiter hier so? Au, 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 au. Au. Offensichtlich nicht. Okay. Kann ich ihn nochmal speichern? Das wäre super. Dankeschön. Oha. Cool. Nein. Ah, ich habe nur drei Leben. Das ist das Problem, glaube ich. Aber ich kann mich jetzt an den Wänden festhalten. Das ist so cool. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Okay. Bingo. Das ist der Trick dabei. Okay. 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 Okay, ich lasse es einfach die ganze Zeit gedrückt. Dann kann mir auch nichts passieren. Aua. So viel dazu. Dann kann mir auch nichts passieren. Oh. Ich würde sagen, ich beende den Part an der Stelle mal. Ich bin mittlerweile bei mit Sicherheit 20 Minuten. Wahrscheinlich sogar 25 Minuten. Und würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Jetzt bin ich so in dem Spiel drin gewesen, dass ich überhaupt nicht mehr gemerkt habe, wie die Zeit vergeht. Ich werde jetzt direkt noch den nächsten Part aufnehmen, denn ich bin wieder mega im Zockerfieber hier drin. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich, dass es endlich weitergehen kann. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.